Herzlich Willkommen auf dem Stand von Bosch Rex oder auf der MoTeX 2019. Ich möchte Ihnen jetzt in einem kurzen Standrundgang die Highlights unseres Standes präsentieren. Eines unserer Highlights ist unser Active Shuttle Showcase. Bei diesem Showcase zeigen wir die Kollaboration aus automatisiertem Bodenrollertransport mit dem Active Shuttle und einem kollaborativen Roboter, unserem A-Pass System. Ein weiteres Highlight stellt unser TS2 Booster dar. Beim TS2 Booster zeigen wir erstmalig eine Kombination aus einer linear motorisch angetriebenen Kurztakt-Transferstrecke und unserem klassischen TS2 Transfersystem. Diese Kombination eröffnet ganz neue Möglichkeiten, einen schnelleren Zug in Station zu realisieren und dann kostengünstig den WT weiter zu transportieren. So, jetzt sind wir bei unserer Schraubtechnik angekommen. Das Highlight, was wir dieses Jahr hier präsentieren, ist ein infrarot kamerabasiertes Lokalisierungssystem. Mit diesem System können wir drei Dinge überprüfen oder absichern. Einerseits die Schraubstellenerkennung, dann die Schrauberkennung und gleichermaßen auch die Werkzeugauswahl, dass das System jeweils das richtige Werkzeug einsetzt. Wir präsentieren uns in diesem Jahr ja wieder gemeinsam mit drei unserer Vertriebspartner. Dieses Jahr dabei die Firma DFS, PTS und Teamtechnik. Und unsere drei Vertriebspartner haben auch ein sehr interessantes Exponat mitgebracht, was ich Ihnen jetzt mal ganz kurz in den Hauptelementen vorstellen möchte. Hier haben wir ein automatisches Kistenhubgerät, mit dem ein Supermarktregal, ein Materialflugsregal bestückt werden kann von den Kisten her. Im Anschluss daran finden wir eine halbautomatische Linie, die aus unserem Kettensystem, Kettenfördersystem VarioFlow besteht und einer manuellen Arbeitsstation, bei der wir eine Stiftehalterung montieren. Aus unserer elektrischen Antriebs- und Steuerungstechnik präsentieren wir Ihnen dieses Jahr unser flexibles Transportsystem, unser FTS. Das ist ein kompletter Baukasten, mit dem Sie linearmotorische Lösungen für Ihre Fertigung konstruieren können, für alle Anwendungsfälle, ob leicht, ob schwer, ob robust, ob sensibel, alles ist möglich mit unserem FTS. Als nächstes möchte ich Ihnen unser Smart Function Kit präsentieren. Ein kompletter Systembaukasten für einfache Fügeanwendungen, der alles enthält, um einfach und präzise Lösungen für solche Aufgabenstellung zu realisieren. Die Software ist vorkonfiguriert und als weitere Besonderheit, wir sind auch für den Handling Award 2019 mit dem Smart Function Kit nominiert. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen auf dem Stand von Bosch Rexroth viele Komponenten und Systemlösungen aller unserer Technologiebereiche an vielen weiteren Funktionsexponaten und unseren Marktplätzen.